Okay, die wurden von meinen Klerikern mal hochgeheilt. Das heißt, mit euch können wir uns jetzt hier hinten erstmal um alles kümmern. Oh, und uns fehlt noch ein Wachturm. Aber gut, machen wir mal das Subgrade. Neue Fähigkeit verfügbar. Gebäude wurde errichtet, ja? Dann los! Dann noch ein Wachturm bitte hierhin. Schon dabei. Unde? So, jetzt haben wir endlich mal etwas Luft. Zum Atmen. An allen Stellen. Gebäude wurde errichtet. Verfügt über mich. Habe verstanden. Okay, als nächstes das Sternkloster noch. Ärmel hoch und los! Dann noch das mittlere Haupthaus. Da sind wir einigermaßen fertig. Äh, nicht das mittlere, das große Haupthaus. Da sind wir eigentlich fertig, ja? Oh, nächster Angriff. Hi. Hm, so. Wird Zeit für ein paar Scharfschützen. Die Forschung habe ich schon. Ja. Ich habe demnach auch alle wichtigen Forschungen. Okay, der nächste Angriff hier oben kommt. Sind auf Feinde gestoßen. Verteidigt euch! Kämpft! Oh ja, ich kann einen neuen Schild tragen. Das ist gut. Okay, ich sollst noch irgendwas Neues tragen. So eine trage ich schon. Ne, da ist der Helm, den ich gerade trage, besser. Oder ich finde einen noch besseren. Einsatzbereit! Gut, Sternkloster ist errichtet. Jetzt brauchen wir das große Haupthaus. Wird sofort erledigt. Aber ja, wir haben jetzt bessere Sachen gefunden, auf jeden Fall. So eine trage ich, glaube ich schon, ja. Aber das Ding hier. Na komm, Stärke, Ausdauer pushe ich ja sowieso die ganze Zeit in die vollen. Also, nehmen wir das Ding mal. Aber ja, noch ein Level Up. Einsatzbereit! Gebiet sichern! Bin unterwegs! Muss ich auch warten, bis ich wenigstens einen, noch einen Bevölkerungslimiterhöhung machen kann. Jawohl! Gebt das Zeichen! Jawohl! Erwarte Befehle! Wie gesagt, da will ich erstmal oben ein bisschen pushen. Noch bleibe ich erstmal hier unten. Damit wir oben auch das neue Eisen erschließen können. Weil hier ist... Langsam Ende mit dem Eisen. Nee, ich warte mit dem... Nee, ich warte mit dem... Ihr könnt mir schon mal anfangen, jetzt... Mit der Getreideproduktion. Mit der Getreideproduktion. Zurück mit euch! Sind auf Feinde gestoßen! Oh, da unten kommt auch noch gleich wieder eine Kampftruppe. Achtung! Verstärkt die Verteidigung! Zurück mit euch! Sie schlagen zu! Sind auf Feinde gestoßen! Vorsicht! Sie sind hier! Erwarte euer Kommando! Auf meinem Befehl! Bleibt standhaft! Verstärkt die Verteidigung! Okay! Da schlappe ich mir schon mal meine Truppen hier oben und gehe ein bisschen vor. Wenn ich hier auf die Nahrung warte, um die zwei Sternenmagier und vielleicht noch... Ja, vier Paladine zu rufen. Dann können wir nämlich hier den Totensammler und hier oben die Sinzenläufer mal wegmachen. Bannstarrer, Bannstarrer, zwei Schildwachen. Erwarte euer Kommando! Maßbefehl! Gebiet sichern! Feindkontakt! Sind auf Feinde gestoßen! Jawohl! Sie schlagen zu! Und schäuert! Die исторische Erländer! Bannstarrer, zwei Schildwachen! Wo? Zwei Schildwachen! Bannstarrer, drei Schildwachen! Wo? Wo?! Wo? 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 So, ich glaube, das lässt sich gut halten. Wir können das hier machen. Vier neue Paladine. Euer Mumien. Vorsicht! Hier bin ich, bin ich, bin ich, bin ich verfügbar. So. Ihr richtet mir hier noch eine Hand, so einfach, weil ihr es könnt. Und noch... Hä? Gebiet sichern! Stand der einfach im Weg, oder was war das Problem? Bereit für den Kampf! Äh, wo bin ich? Gebt das Zeichen! Da bin ich. Okay. Gut, wie gesagt, erstmal muss ich das hier loswerden. Dann können wir uns mal überlegen, hier oben das Spinnennest platt zu machen. Wenn wir von hier nichts mehr zu befürchten haben. Einsatz bereit! Befehl verstanden! Tag! Verteidigt euch! Verteidigt euch! Kämpft! Alles klar! Zurück mit euch! Sind auf Feinde gestoßen! Ne, hab kein Paladin verloren, sind ja nur 14. Schlaft hier noch ein bisschen länger? Bereit für den Kampf! Marschbefehl! Marschbefehl! Sind auf Feinde gestoßen! Das wäre echt nett, wenn ihr mal was tun würdet. Sie sind hier! Verstärkt die Verteidigung! Sie schlagen zu! Erwarte Befehle! Okay, jetzt habe ich einen Hut verloren. Augen offen halten! Marschbefehl! Feindkontakt! Augen offen halten! Gebiet sichern! Bleibt standhaft! Erwarte Befehle! Okay, jetzt habe ich auch einen Paladin verloren. Verstärkt die Verteidigung! Erwarte euer Schlaftbefehl! Sie schlagen zu!